Hallo, ich begrüße Euch auf meinem Kanal. Heute wollen wir mal wieder ein Ei öffnen. Mal schauen was drin ist. Hier ist das Gelbe vom Ei. Und wie Ihr hört, hört Ihr nichts. Mal schauen was drin ist. Es sind diese Kuscheltiere. Die haben auch wieder keinen Namen. Die heißen nur, Ihr könnt das erkennen, FT022. So sehen die kleinen aus. Die sind so verpackt, weil die so eine Art wie Plüsch drum herum haben. Und ich möchte die als Sammler nicht auspacken. Deswegen lasse ich die hier zu im Beute. So, das war wieder dieses Video. Ich hoffe es hat Euch gefallen. Wenn ja, könnt Ihr mir einen Daumen hoch geben. Ihr könnt mir auch ein Abo dalassen. Und wenn Ihr wollt, könnt Ihr mich auch auf Facebook besuchen. Teilt die Seite. Das hilft mir und das hilft auch Euch. Und wenn Ihr hier, wo der Finger drauf drückt, kommt Ihr zu meinem Zweitkanal. Auf diesem Zweitkanal mache ich Fast Food Unboxing. Das heißt also hier so Schnellgerichter, Mikrowellengerichter, Softdrinks und normale Getränke. Und schaut doch mal rein. Wenn es Euch gefällt, könnt Ihr ja auch da ein Abo dalassen. Ansonsten war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe es hat Euch gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.